Eeeh! Waaaaaah! Nee! Nicht absicht! Angriff! Eine Stunde! Halt! Ich komme mit! Nicht die Kuss! Waaaaaah! Jawoll! Waaaaaah! Waaaaaah! Nicht schießen! Waaaaaah! Du! Das! Das, Mist! Das ist nicht wieder alt! Sie dieQuade! L�ÄG! HETJK! Wir verhindern Team Top 6,7 und 8. Zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Sie benutzen die Luftschleusende Rettungskapseln, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Die Luftschleusende Rettungskapseln, um ihre Schiffe anzudocken. 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 Allianz-Truppen im Gange über uns. Wer fährt hier das? Guter Schuss. Schwerfeuer! Oh Gott, dann gibt's noch mehr! Gut geschossen! Guter Schwerfeuer! Michal, servis? Guter Schwerfeuer! Guter Schwerfeuer! Guter Schwerfeuer! Michal! Mehr als auch pugil! Challahue irgendwann um euch was said! Guter Schwerfeuer! Guter Schweres! Na bis dah l 거� zu dem somehow! Guter Schwerfen! An alle, hier spricht der Käpt'n. Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. Kampfteams, Eindringlinge aufhalten, bis das Format und Personal weg ist. Die Rettungskapsel starten. Beeilung! Achtung, Schränke werden geschlossen. Sie zerstören die Rettungskapseln. Die wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem Nav-Punkt, er führt Sie zu einem Ausgang. Crew und Kommandopersonal auf Decks 9 bis 12. Sofort zu den EWAG-Stationen. Ich erfasse Allianztruppen außerhalb der Gänge. Aktiviere Bewegungsverfolgung. Such einen sicheren Ausgang. Sie sind zu nah, wir müssen einen anderen Weg suchen. Bewegungsverfolgung zeigt nichts. Moment. Wir müssen durch die Tür, aber sie ist durch eine Explosion beschädigt. Kampf. Anstrengung wird es vergründet. WAKE UP! Ich bin ein paar Probleme, aber nicht nur die Schicksale zu machen. Kennt der Anbau ist ein Aufmerksam, der es aufgelennt. Es ist eine große Gegend mit dem Ein-Zimmer zu fahren. Anstrengungen anstrieren sich. WAKE UP! ACH! Anstrengungen anstrieren sich! Das war's für heute. Die Allianz wollte Sie wohl beim Löcherchen überraschen. Restliche Crew und Kommandopersonal sofort in die Rettungskapseln. Rückzug zu den EWAG-Stationen. Rettungskapseln Ich kann es gar nicht mehr. Ich kann es gar nicht mehr. Wie? Rehregeschutz! Rettungskapseln Er ist überall. Er ist überall. Geh! Eine Rettungskapsel ist noch übrig, schnell an Bord, bevor sie startet. Die Schäden an den... Oh nein, oh nein! Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Wir schaffen es doch, Sir! Ich will hier draußen nicht sterben! Seht! Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Kees fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. Fünf Sekunden bis zum Atmosphäre-Eintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Ahnung. Daumen drücken. Sie haben welche.